Ja hallo und somit herzlich willkommen zurück bei Half-Life Alyx. Wir sind das letzte mal hier stehen geblieben bei dieser Steuerkonsole und haben gleich Action mit einem Zug, denke ich mal. Schauen wir uns das mal an, okay. Das sieht interessant aus. Hä? So wahrscheinlich. Und das andere. So, ihr schafft. Okay. Jetzt sehen wir mal hier. Ähm, das war glaube ich dort hinten. Ist das Sinn oder nicht? Das sieht irgendwie nicht so aus. Nein? Bleib oben. Ah, toll. Genau. Reingang. Nein. Jetzt gehen wir mal hier. Und dann gehen wir mal hier. Nein. Nein. Bleib so. Okay, hier fehlt noch etwas. Ach ja, wirklich. Okay, dann suchen wir doch mal das fehlende Stück. Okay. Okay. Das nehme ich gerne, sonst nicht oben drauf. Eigentlich gibt es ja nicht viele Optionen, wo das hier sein könnte. Weil zurück können wir doch nicht, oder? Nein, zurück geht es nicht. Hm. Es muss eigentlich dort drin sein. Oh. Diese Tür habe ich ja gar nicht gesehen. Okay. Komm her. Okay. Okay. Ja jetzt kommt drauf. Oh. Oh! 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 Ja, es ist das toll. Steh ab, schoen. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Nein, das ist wie ich es noch nicht tun. Sonst noch jemand hat da nichts dabei und sieht nicht so aus. Schade. Okay, sonst gibt es nichts. Leer. Auch leer. Ah, das ist schon offen. Hier ist Asrin. Danke sehr. Äh, dort ist die Tür. Mal schauen, was gleich passieren wird. Okay, keine Angst. Aber die Tränen kommt. Es wird nur eine Sekunde sein. Du bist gut. Ja, gut. Oh, great. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Ah. Hä? 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 Was ist hier los? Das ist doch alles richtig. Oh nein. Ich habe es abgefahren. Ich hab es sicher. Achtung. Ich habe noch etwas Geld machen. Der ist säker. Oh ja ja ja. Es wird nicht bleiben. Es wird sicher sein. Nein. Nein! Nein! Scheiße! Da war ich zu wenig schnell. Schade. Auftrag abgeschlossen. Subjekt LX1. Grund verschwunden. Verschwendung Missions-relevanter Ressourcen. Was habe ich jetzt gemacht? Entschuldigung für die Unterbrechung. Weiter geht's. Es war leider nicht so gut. Dann nochmal von vorne. Drei mal. Tag. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Woah! Das funktioniert? Ja. Wow. You okay? I'm okay. Let's go find dad. Okay. 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 I'll find a way into the wreckage. I don't know. We need to find dad. Yeah. No, I know. I've just never seen those before. That's the big deal. Yeah. Yeah. Wahrscheinlich da drin. Hallo. Na? Wie geht's dir denn so? Ja. Wow. Very good. Okay. Okay. That's your dad's prisoner port. Oh my god. Where's dad? 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 Wow. Dad! I'm over here honey. I need help hurry. Okay, I'm gonna reach out and pull you up. It's gonna be okay. You ready? Yeah. I'm good. Give me your hand. Dad! Dad! Shies. Oh my god. Oh. Oh my god. How expands. I have come to help. As I said I would. Thank you. Thank you. Thank you. Just stay there. I'm gonna figure out how to get over to you. No. Alex, listen. The thing wasn't what I found is some sort of, some sort of super weapon. A super weapon? It's something big. They got it here in the QZ in some kind of vault. But they're about to move it. Where? I don't know. But it's gonna be soon. Then we gotta steal it before they do. Yes. And look, look. I managed to pocket this combine data pocket. If I get decrypted, we can figure out how to use their weapon against them. So what's the plan? You head to the vault. I'll take this thing back to Russell's and get to work. Wait. Where is the vault? Dad! Where's the vault? Look to the northern star. Ah, yes. Look to the star. Got it. Dad? It's right in the middle of the QZ. And it's big. Get above ground and see what you can find. I will accompany the Eli back and ensure his safety. Great. Thank you. Dad, I'm gonna go find this vault. Go! Stay safe, baby. I love you. I love you, too. I love you, too. Thank you. Cheers. Thank you for that time. Whoa. Okay, shut up. Oh, my God. Hey, Russ. Keep an eye out for Dad, okay? I'll let you know if he gets here. Oh, when? When he gets here. Okay. 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 Rot. 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 Gelb. 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 Grün. Blablabla. Scheiße. Gut dann. Hier war, glaub ich, rot. Nein. Na. Ja. Wow. Wow. Okay. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Nochmal. Rot ist nun ein anderer. Rot ist nun ein anderer. Blau. Hier. Grün. Da. 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 Was soll ich sagen? Da. S. Ah. Hier. Ich bin richtig gut in diesem Spiel. So, jetzt aber. Neh mal wieder. Geht lieber wieder die Waffe in die Hand. Na doch. Ich weiß ja nicht, was ich hier erwarte. Okay. Geht. Okay. Geht ihr auf das? Sch, sch. Ja. Ich weiß, es wurde ein bisschen messy da, aber wir haben wiedergebracht. Ja. Was? Das wird wahrscheinlich etwas bemerksam. Nicht, es wird sicherlich bemerksam. Es wird definitiv bemerksam. Sie schauen jetzt, jetzt zu dir. Okay, also bemerksam. Wenn wir diese Weapon haben, können wir alles verändern. Ja. Ja. Ich. Ich weiß, wir haben nur ein paar Stunden zusammen gearbeitet, aber ich möchte Sie wissen, ich bin stolz von Ihnen. Okay? Sie sind unter viel Druck. Wow. Christ. So viel Druck, in fact, dass ich... Ich behalte, dass ich es sogar noch zu bringen. Aber ich habe gemerkt, dass, als du ausgerichtet hast, für dein Vater, wenn er es tatsächlich bemerkt hat, seine Hand hat, würde er sich verraten, all die Delikate Senses in die Russells verraten. Ah. Okay. 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 Totally understandable, und es wäre es wert, in diesem Fall. Right. Ich habe zu sagen, ich habe eine schwierige Situation, wo das wäre der Fall. Und, wie dein Vater, die Russells sind priceless. Okay? So, einfach, um, vorhin. Russ, ich versuche, deine Scheisse sind sicherlich mit mir. Ich habe hier. Okay. Seed soaps. Okay. He gave you orchids returned favor. Aha, Museum of Natural History at the Barracks. Hier sind so viele Sachen. Ich will es haben, komm. Okay, geht nicht. Da kommen wir bestimmt nochmal zurück. Schick. Sonst noch was? Nichts. Okay, geht's weiter. Okay, geht's weiter. Okay. Hm. Hm. Wir sind hier. Wir sind hier drin. Wahrscheinlich. Wir sind hier. Wir sind vorsichtig. Okay, wir brauchen hier eine Keycard oder so etwas. Hm. Hm. Guck. 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 Gut. Noch jemand. Nein. Taschenrechte brauchen wir alles nicht. Wenn sich der Typ hier bewegen wird, dann... Nein. So. Hallo. Ja, wie geht's? Ja. Okay. Ich rufe später wieder an. Tschüss. Ja. 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 Wie kann ich nun etwas tragen. schaden. Ja, sorry. Wollte ich nicht. Wollte ich noch keine an. Ja, das ist natürlich jetzt sehr gut. Bleib zu! Scheiße! Bleib liegen! Wie ich das hasste, wenn sie mich anspringen. Tschüss! Ah, schau. Oh, come on! Okay. 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 Oh, come on! Scheiße! Oh, dad said he stole some files about this weapon. Well, when it comes to combined data encryption, Eli's your guy. Oh. Systems, robotics, networks, I can make short work of those. But not data encryption. Might as well be an alien language. Well, it is an alien language. Anyway, look, Eli's your guy. Ich habe hier eine kleine Sauer einfach anstortet. Oh. Schön. Fahrstuhl. Lokomotive Safety Update. And news. See? It's coming. Okay. Okay. Dann zweiter Stock. Ich erwarte hier nichts Gutes. Im Schacht. Irgendwo wird gleich ein Tier runterspringen. Das sehe ich doch jetzt schon. Nein, danke. Das brauche ich nicht unbedingt. Alex. Look out the window. Alex. Crap. Das muss sein. Ja. Ihr Vater hat nicht gesagt, es war bloß. Also, wenn wir es da sind, haben wir noch zu kommen. Oh, die Kabel. Look at all the Kabel's attached to it. All we have to do is follow them. And break whatever's at the other end. And down comes the vault. Simple. Easy to follow. Yeah. I like this plan. Wow. That's a lot of cables. Yeah. Two socks this. Oh. Oh. Okay. Okay. So. So. Okay. Oh. So. 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 Klipp noch ein T-Cart. Ist es schon in der Haus? Und wir wechseln, dass gleich das Vieh runter kommt, wenn ich jetzt da entlanglaufe mit der Kickkarte. Es ist sowas von hundertprozentig. Oder ich renne einfach. Ich hab's gewusst. Okay, Kickkarte kann gleich mal hier liegen. Das war so klar. Ja, Taschenrechner. Sehr wichtig. Brauch ich. Ha, geht sogar so. Okay, now. Tschüss. Ja, nun. Was ist das? Scharf zumachen. Ja, aber... Ja, muss ich wieder lagen. Das geht ja nicht. Entweder das oder die Kranat. Ich lass es mal noch ab. Cool. Kleinini-Spül sind schon noch cool. Kann ich von den Möhren nehmen? Bitte sag ja. Schade, zumindest wissen wir, dass es hier genannt hat. Ah, ja, sollte man vielleicht noch scharf machen. Tschüss. Sei auf ein Strach. Nein. Bin guter Erfer. Ach, come on. Keine Ahnung, ob er die irgendwie noch für was anderes gebraucht wird. So, jetzt aber. Ein Vieh Leber. Gehen wir einfach nur, ohne dich zu töten. Ja, das geht gut. Ein Granat in die Hand. Auf in die andere. Okay. Okay. Das war eine richtige Verschwindung der Handgranaten. Es mir scheint, Aira zum Glück noch ein paar. Nein. 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 Ich muss die irgendwie zusammenlocken. Hier ist eine, dort ist eine, dort drüben. Das war's für heute. 110 Schubs. Okay. Haben wir jetzt irgendwo noch jemanden? Sieht mir gerade nicht danach aus. Okay. Hier hört doch noch jemanden. Ja gut. Wow. Nein. Nein. Tschüss. Das war's für heute. Alle drei auf einmal. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, hab ich's doch gewusst. Gib noch ein, zwei. Oh nee, was ist das für ein Tier? Und das war so ein Starkes. Ja, genau. Mit Fell. Ich wär schlauer gewesen, wenn ich die Handgranaten... Hoch kann ich ja jetzt nicht mehr. Wenn ich die Handgranaten... Nein, geht leider nicht mehr. Runtergeschmack, geschmissen hätte. Schade. Schade, schade. Schokolade. Ah, da sind noch ein paar. Ja. Da ich gerade nicht weiß, ob ich dort lang soll oder dort, würde ich sagen, das schauen wir uns heute in der nächsten Folge an. Ob dort entlang oder hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020